Ach, dazu muss ich sagen, ich muss erst mal kurz niesen. Mach das bitte. Ich hatte überlegt, ob die Plexiglasscheibe jetzt heute wegnehmen, weil wir könnten das. Gott sei Dank ist das noch geblieben. Ich habe noch nie einen blauen Popel von der anderen Seite einer Plexiglasscheibe gesehen. Blauer Popel? Ja, aber blau ist neu. Mach weiter bitte. Ampelschaltung, ja bitte. Ich bin fertig mit der Ampelschaltung. Ich muss erst mal den blauen Popel jetzt nachdenken. Ich wisch dir mal ab in der Zwischenzeit. Ich trage Schlumpfgen in mir, Margot. Ja, das wollte ich dir nie erzählen, aber mein Vater ist eigentlich Schlumpf. Papa Schlumpf? Papa Schlumpf, genau. Und du bist nicht Schlumpf. Wollen wir zur nächsten Rubrik gehen, Margot? Ich sing die Musik schon ein.